Viele Menschen leben ein falsches Leben. Und da war, glaube ich, für viele Menschen auch die sogenannte Pandemie wirklich eine Möglichkeit, ein sinnerfülltes Leben zu führen. Weil man nämlich plötzlich von oben gesagt bekommen hat, denunziere deinen Nachbarn, achte darauf, dass niemand nachts irgendwie spazieren geht. Sei volksam. Sei volksam, genau. Wie hat Herr Precht gesagt, Staatsbürger müssen funktionieren. Staatsbürger müssen funktionieren. Maßnahmen niemals hinterfragen von Herrn Wieler, all diese Sachen. Also ich glaube wirklich, dass viele Menschen dann gesagt haben, ja, jetzt endlich habe ich eine Möglichkeit oder so, ein sinnvolles Leben zu führen. Also jetzt endlich bin ich richtig, weil ich angepasst bin. Jetzt endlich erfülle ich für mich Elterliche, das heißt immer autoritäre Hinweise, Anweisungen. Und tatsächlich, viele Menschen haben sich wohlgefühlt. Und fühlten sich bedroht. Ich habe das erlebt, wenn man im Zugeinstieg ohne Maske da bin ich nicht vom Schaffen herausgeflogen, sondern von den meisten Menschen bin ich angepöbelt worden. Ja, weil ich etwas anders gemacht habe. Und sie waren so eingeschüchtert, dass sie wirklich glaubten, ich bin jetzt eine Gefahr. Ich finde das ein super spannender Punkt, weil dieses Eingeschüchtertsein, also ich habe mich nicht impfen lassen, weil das mich nicht überzeugt hat. Ich habe sehr viel in Sucharit Bhakti und Wolfgang Wodak Videos geschaut. Und dann habe ich gedacht, nee, mache ich jetzt mal nicht. Und dann habe ich etwas gemerkt, dass das immer wieder kommt, diese Gruppendynamik, die Herr Marzer Treffen beschrieben hat. Und dann waren wir doch ein bisschen unter Druck, 2020 und 2021 als ungeimpft. Also mir ging es so, es gab immer wieder Druck, Druck, Druck. Und ich weiß nicht, ob das jetzt unpassend ist, wenn ich es so offen sage, aber die Invasion von Russland in die Ukraine brachte eine gewisse Entlastung für die Ungeimpften. Nicht, dass ich das gutheißen möchte. Ich möchte nur einfach beobachten, wie es war. Plötzlich war man nicht mehr sozusagen im Fadenkreuz, sondern der Russe war im Fadenkreuz. Sage ich immer, ja, am schwierigsten war es für die ungeimpften Russen, weil die waren immer im Fadenkreuz. Aber der Punkt ist ja der, die Feindbilder, die wechseln sehr, sehr schnell. Und ich habe da eigentlich über die letzten Jahre, weil mich das immer interessiert, wie das funktioniert, habe ich schon bei 9-11 gesagt, da wird ja eine Angst gemacht ohne Ende, oder? Türme, die explodieren und dann Achtung, wir müssen. Und da war Osama Bin Laden natürlich, war da die große Story. Und die Bundeswehr muss unbedingt 20 Jahre nach Afghanistan. Und auch dort, wie bei Corona, gab es keine gründliche Analyse, sondern man hat einfach gesagt, hier ist eine große Angst. Die Regierung sagt, was Sache ist. Und wer sich getraut, Fragen zu stellen, so im Sinn von, da ist ja aber noch ein drittes Gebäude zusammengestürzt, und da ist aber kein Flieger rein, da hieß es sofort Verschwörungstheoretiker. Das heißt, ich finde, das Muster ist ziemlich offensichtlich. Es wird eine Angst erzeugt, Angst vor muslimischen Terroristen. Und ich meine nur, wenn man 2001 hingegangen wäre, und man hätte gesagt, ich habe Riesenangst vor Viren, das wäre nicht gut gewesen. Rein vom Timing her, weil da war ja eine andere Angst. Spinner halt. Genau. Und wenn man nicht die aktuelle Angst hat, dann wird man nämlich sozial ausgegrenzt. Sondern man muss schon schauen, was die aktuelle Angst ist. Und das ist meine Erfahrung. Und darum finde ich das so treffend, was Herr Marz sagt. Die Angst ist ja offensichtlich immer eine andere, aber wenn sie da ist, tut sie so, als wäre sie die Einzige und für immer und die allgemeingültige. Und sie wechselt ab. Und wer schon länger dabei ist, der kann doch das sehen. Zuerst ist Angst vor muslimischen Terroristen, dann ist Angst vor Viren, und dann aber über Nacht, zack, Angst vor Russen. Und wenn man dann noch in der Angst vor Viren ist und sagt, was dürfen wir jetzt zusammenkommen? Ja, jetzt müsst ihr zusammenkommen und gegen Putin demonstrieren. Dann sagt man so, aber gestern habt ihr gesagt, wir sollen nicht, ihr braucht nicht selber nachzudenken. Allerdings wird am Ende immer meistens ein Personalausweis gefunden. Ein Glück, oder? Das ist ein Glück, oder? Also es ist wirklich so, ich habe das wirklich untersucht, ich habe sehr viel zu 9-11 geforscht und da haben die amerikanischen Medien gesagt, die Flieger sind in die Twin Towers reingerast und unten, unten an den Twin Towers fand man den Pass von einem Attentäter, der also angeblich im Flugzeug saß und mit dem Flugzeug in, da muss man sich das rein physikalisch vorstellen, was für ein Glück, was für ein Glück und dann kommt die gleiche Nummer, kommt bei der Andromeda, oder? Dann sage ich immer, also wenn man ja jetzt zum Beispiel sich in den Kopf reinversetzt von so einem Attentäter und denkt, heute sprengen wir die Nord Stream, habe ich den Sprengstoff? Ja, habe ich das Tauchgerät? Ja, was fehlt mir noch? Ah, das passt. Das ist wirklich, dieses ganze Narrativ, das uns immer vorgesetzt wird, ist schon irgendwie auch eine Beleidigung des aufgeklärten Denkens. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommst du hier zur ganzen Sendung und dort zum Hauptkanal. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.